Hallo Leute, Matthew und wir spielen weiter mit Legend of Sailor 1 und schauen wir mal, ob wir heute Tempel Nummer 4 schaffen, eigentlich Tempel Nummer 3, da wir den zweiten noch nie gemacht haben. Ich keine Ahnung, kaputt er ist. Wenn es so weiter geht, bin ich bei dem Bus schon wieder tot. Ja, bin ich auch. Oh, vielleicht auch nicht. Vielleicht komme ich ja tatsächlich hin. Nein, 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 geh weg. Und ihr könnt auch alle ganz... Ja, natürlich... Natürlich können die Gegner auf einen raufspringen. Und man trifft sie dann nicht mit dem Schwert. Natürlich. Genau das meine ich. Ich finde sowas nicht nett. Genau das. Ich finde eh nehm. Ja, genau das. noch ein herz sehr schön sehr schön würde ich das ergehen jetzt noch hier durch perfekt und dann noch hier durch sehr gut dass man nicht erkennt wann das ding schießt schön dass das gerade nicht so die flugbahn hat dass ich sie einschätzen kann ein bisschen doof schon wieder dieses scheiß auf einen rausspringen ja wow ich habe ihn zwar voll mit dem schwert durchbrochen aber hey lassen wir mal so stehen fällt mir ein gefällt gerade echt was auf ich hoffe das spiel war nicht so laut sonst war gerade alles was ich aufgenommen habe für die katz mann 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 warum auch immer du dich gerade umgedreht hast den kawai macht ja nichts raus passiert jenmal ok wenn ich die mit der kerze zerstöre kommt da steigen wir raus ok die brauche ich jetzt die uhr ok probieren wir es noch mal ich habe auch nur noch drei bomben fett mir auf danke oh mann zum glück müssen wir den nie wieder sehen walk into the waterfall ok der raum ist mysteriös und das gepiepe geht mir gerade auf die nerven moment nee ein zweiter geht es runter ui ich bin tot danke das ist voll nett da direkt vor der tür sowas hinzubauen echt konnte man echt gut ausweichen muss man jetzt schon sagen es war fast fair alter moment da kam er dann die steime raus die nu ja natürlich trifft mich dann noch öfters so walk into waterfall again jetzt kam dieser miese raum wow ich bin der beste zelder spieler der welt oh ich hasse oh wie wäre es wenn ich mich am besten gleich wiederum bringe das was ist das denn gerade ganz im ernst ich würde echt gerne jetzt mal zum boss kommen und den tempel schaffen ich würde echt gerne jetzt mal zum boss kommen und den tempel schaffen wow kaum sage ich sonst passiert gar nichts mehr das war gut reagiert muss ich ja schon mal sagen wiii geh da rein denk bitte walk into the waterfall again ich hab's langsam kapiert alter man ok wie war das direkt nach wie soll man das denn machen zum ernst wow einfach erstmal nach unten bevor ich hier ich hab ein halbes herz das reicht zwar für den boss bestimmt aber könntet ihr vielleicht bitte ein herztruppen ein ok gucken wir mal was kommt ui ja man kann halt da wir mal nicht einschätzen wann er schießt ist ja nicht so dass man das wissen muss oh man wenn ich wenigstens mit ein bisschen mehr als zu einem halben herz da ankomme wobei ich glaub es danke das fängt echt schon wieder gut an ich bin schon wieder ich bin schon wieder ja jetzt sind hier wieder mehr sehr mysteriös naja immer ein nerz bekommen uiuiuiui ich weiß zwar immer noch nicht wie ich da an diesen stacheln stacheln unbeschadet vorbei soll weil man wird glaub ich direkt niemand bleibt in der tür stehen ok schnell jetzt nicht bewegen nicht ich glaube ich glaube ich bin einfach ich bin ich bin ich bin Das läuft schon mal okay, würde ich behaupten. Okay, das macht nix. Was? Das meine ich. Das kann man echt nicht einschätzen. Das ist dumm schon hier. Ich könnte... Ich könnte mir kurz Rubine farmen und die Pfeile holen, aber die Pfeile bringen wir in der Endeffekt auch nix. Gut, Bomben bringen bei dem Boss nix. Ich will diesen Boss besiegen. Okay. Ich bin kurz davor... Ich bin durchgekommen. Einer wie hier mit dem Herz vielleicht? Nein? Okay. Oh Mann, oh. Ich hab 73, wow. Nein. Oh. Jetzt halte ich nur zwei Treffer aus beim Boss, wenn ich überhaupt keinen Schaden mehr bekomme. Ja. Jetzt halte ich nur noch einen aus. Sehr gut. Ich bin tot. So gut, so gut wie hier. Es sind die besten Voraussetzungen, um diesen Boss zu schaffen. Yes. No. Okay. Gucken wir mal. Manu, ich komm grad nicht dran. Oh, der ging jetzt... Die Köpfe sind grad ziemlich beschissen. Wow. Nein. Ah. Okay. Aber wir machen das beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Tschüss, tschüss.